Am Montagabend ist es im Fuchsrein in Ebersbach an der Vils in einem Mehrfamilienhaus bei einem Polizeieinsatz zum Schusswaffengebrauch gekommen. Eine 38-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Die Frau mit psychischen Problemen hatte gegen 21.45 Uhr selbst über die Notrufnummer der Polizei ihren Suizid angekündigt. Die Beamten rückten daraufhin sofort aus. Vor Ort gelang es der Polizei über die geschlossene Wohnungstür Kontakt mit der Frau aufzunehmen, wobei diese an ihren Suizidabsichten festhielt, die Türe aber nicht öffnete. Es waren aber auch schon die Feuerwehr und der Rettungsdienst nachalarmiert worden. Und als die Feuerwehr begann, die Tür zu öffnen, hat die Frau von innen die Tür aufgerissen und kam mit einem Messer bewaffnet den Einsatzkräften entgegen. Dies hat dazu geführt, dass die beiden Polizeibeamten von ihrer Schusswaffe Gebrauch machten. Die Frau wurde schwer verletzt und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Sie konnte sofort notärztlich behandelt werden, weil ja der Rettungsdienst bereits vor Ort war. Eine Mitarbeiterin des Rettungsdienstes erlitt ein sogenanntes Knalltrauma und musste medizinisch versorgt werden. Die 38-jährige Angreiferin befindet sich inzwischen nicht mehr im kritischen Zustand. Zwischenzeitlich der Stand jetzt ist so, dass sie nach einer Operation stabil ist und offenbar außer Lebensgefahr ist, sodass wir da hoffen können. Um jeden Anschein einer Befangenheit von Anfang an zu vermeiden, übernahm die Kriminalpolizeidirektion Esslingen die weiteren Ermittlungen. Das ist jetzt ein normaler Vorgang, dass der Schusswaffengebrauch untersucht wird von der Staatsanwaltschaft und von der Polizei. Und es ist auch ganz normal, dass da ein benachbartes Präsidium mit den Ermittlungen beauftragt wird. Das sind wir in diesem Fall und unsere Kriminalpolizeidirektion in Esslingen hat die Ermittlungen übernommen. Die 38-Jährige wurde in der Vergangenheit offenbar schon psychiatrisch behandelt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.